Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Der heutige Psalm scheint die Vorlage für viele irische Segenssprüche gewesen zu sein. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Psalm 20 Fürbitte für den König Ein Psalm Davids Der Herr erhöre dich am Tage der Not. Der Name des Gottes Jakobs beschütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum. Vom Zion her stütze er dich. Er gedenke all deiner Speisopfer und achte für Fett deine Brandopfer. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lasse all deine Pläne gelingen. Wir wollen jauchzen über deinen Sieg. Im Namen unseres Gottes das Panier erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten. Er hört ihn von seinem heiligen Himmel mit der hilfreichen Macht seiner Rechten. Durch Wagen sind jene, durch Rosse stark. Wir durch den Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sinken und fallen. Wir stehen und bleiben. O Herr, hilf dem König. Er höre uns am Tage, da wir rufen. Die Hilfe des Herrn geht von Zion aus. Hier ist sein Wohnsitz unter den Menschen und von hier aus ergeht auch sein Segen, der im materiellen Sinne Gutes für diese Welt bringt. Die Hilfe und Macht des Herrn geht aber auch vom Himmel aus und steht für den geistigen Segen, der allen Menschen gilt, die das für sich in Anspruch nehmen. Gott hilft denen, die ihn darum bitten. Er gibt aber nicht unbedingt das, was dein Herz begehrt, was es sich wünscht, sondern das, was dein Herz braucht. Das ist oftmals gar nicht so klar, was ein Herz braucht. Aber wenn du in dieser Hoffnung lebst, in der Hoffnung auf den Herrn, dann wirst du feststellen, dass deine Kraft nicht auf den Mächten dieser Welt beruht, nicht auf der Stärke der Menschen, die dich umgeben, nicht auf der Fähigkeit, dass du gut denken kannst oder dass du empathisch bist oder was auch immer, sondern deine Kraft, deine Stärke beruht auf dem Herrn, beruht darauf, dass du auf den Herrn hoffst und er wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Und so spreche ich dir den Segen Gottes zu, dass er dich auf all deinen Wegen begleiten möge und dich leite und deine Pläne gelingen lasse. In der kommenden Folge zum Ewigkeitssonntag geht es um den Tod und die Ewigkeit. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns, ciao. Und dann, mach's gut, wir sehen uns, ciao. Vielen Dank.